Meine Fans, Digga. Erstmal ATS getankt. Die haben meine Fans oder meine Fans? Jawoll. Ich kicke mal den Bero, den kenn ich. Der heißt nicht Marius, aber das ist ein Schwanzlutscher. Ja, Wuren, sowas verlässt der Lappen. Nein, ich hab ihn nur erst gedrührt. Digga, der ist so scheiße. Na und? Hauptsache wir kriegen ganz Money. Digga, wir können es nicht schaffen. Money, Money. I got Money, you got Money. Dann zwei Fans. Einer sieht nach Drogen aus, sein Anzug, und der andere sieht nach Döner aus. Er sagt, er sieht nach Schwanz aus. Nein, Döner ist scheiße, Digga. Döner-Box, Digga. Soll ich Babu. Döner steht zu teuer. Ist mir egal, ich bin Millionär. Guter Junge. Kanacken halt, ne? Kanacken, Digga. Kanacken. Immer Autos verkauft. Immer von der Straße wegen GTA 5 Autos geklaut. Und danach bei... Dann immer bei... Der Sand aus Kastin verkauft und danach Geld überkommen. Das weißt du schon wie ein... Ähm, Opfer. Ey, ich stell' gestern gar nicht die Jacks und heute auch nicht. Was ist los? Ja, was weißt du? Ey, du meinst, du gehst noch mit Jacks und Wasser in die Lappen? Ja, was weißt du, als ich nicht war? Ja, ich weiß auch nicht. Ziiiih! 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 Das kann doch nicht wahr sein, Digga. Ähm, weißt, wohnt ihr nebeneinander oder? Ja, übereinander bald. Okay. Na, ich war ein Cheaton. Na, wir sind schon nie. Wohnt... Oben einander, Digga. Was ist mit euch los? Kann nacken oder so? Ja, soll doch mal kurz klopfen, warte. Ey, Shay, klopf mal kurz ne Runden. Ja, los. Eins, zwei, drei. Oha. Das hört? Das hört man richtig. Digga, das hört noch... Digga, wäre gut wie... Warte. Oh, Erdbeam auch, du sagst. Oh, Erdbeam, Digga. Ey, Digga, der ist so weiß wie seine Mutter, Digga. Der ist gerade rein gekommen. Gerecht. Der kam aber nicht. Der kam, rau! Tu! Hohen so. Tu! Nooo, nooo, nooo! Oh, nooo, 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 nooo! Ich hab hier keine schwere Panzer umgekauft. Was ist jetzt los? Digger, weil du nicht gekauft hast, Bruder. Boah, jetzt alles wieder von neu wie Kinder, Alter. Digger, der leuchtet zuerst. Der Erste, der ist der Beste. Ey, ich hole mir eine Fluppe. Weiß ich. Ey, gib mir dafür auch Geld. Wir haben ein kleines Problem. Pizza, Digger, der sagt Pizza. Schau, ich seh am schönsten aus. Ich seh am besten aus, Digger. Ah, Dein Maul. Digger, schön. Wie viel wollt ihr? Ey, was ist alles auf mich? Auf wen? Auf dich? Ja, und auf meinen Kollegen. Beine, Beine, Pfötchen, Schuhen, Dremdung. Ey, der ist bereit. Ja, mach doch auf mich. Drück Dix, drück Dix. Nein, der soll Dings. Weniger haben. Du bekommst auch gleich. Entschuldigung. Digger, er ist es. Einmaler will ich den nächsten Material? Kannst du mir das? Ja, du hast doch. Ja, du hast aber noch mal. Nein. Ey, niemand hat. Ey, der ist ein Samstag. Äh. Ja. Wer es nicht? Ja. Ich will nicht schon wieder Pilot sein, ich will schnell, nicht Pilot, 1,250 los. Der ist nicht bereit, er ist bereit, er ist bereit, er ist bereit. Der ist bereit, er ist bereit, er ist bereit. Er hat kein Geld, aber du bist 84. Ich habe gar nichts Geld, ich habe 4.000. Ey, warte. Ich mache mich schon, weil ich Geld brauche, ich habe schon kein Geld. Ja, aber schau, wer die Level sind, aber schau mal, wer du bist. Die Frage ist 10%, 20% gut. Ich habe kein Geld. Ey, warte, ich schicke dir eine Freundschaftsfrage, komm auch in der Party. Ey, Junge, er sagte, er hat kein Geld, er hat nur 40.000. Ich habe einen Freundschaftsfrage gegeben, ich lade, ich tue dir kurz in den Tor schlagen. Ja, kurz, gib ihm 20%! Du kannst mir jetzt Cash geben oder ich gehe raus, Mann. Lappen. Komm, sie geben, komm, sie geben dir nur 10%. Ja, ich schicke, du bist 18.000. Ich bin 18.000. Ja, ich habe noch kein Geld, aber ich gebe euch, Digga. Nein, warte, du darfst. Digga, ich bin kein Zigeuner, so wie du. Du bist 18.000. Digga, ich pick deine Mutter, du Spass, man. Digga, drück jetzt X, Digga, du Hohenzohn. Was ist die? Drück X, Mann. Ja, was ist die? Ja, was ist das, Mann? Ich bin mal die Russi, ja. Du bist ein Russi, Mann. Du Rudi. Rutsch mal. Ja, nein, Digga. Nein. Geh mal lieber aus der Bad hier, du Rudi. Nein, lass ihn. Lass ihn. Lass ihn. Lass ihn. Lass ihn. Digga, beleidigt ihn mir. Er ist älter als du, Digga. Bist du zehn Jahre alt? Drück dich, Digga. Du warst witz. Los, du den Löchma, Rudi. Hey, du kleine Star. Ey, Digga, Pilot, drück mal links, Digga. Hast du eine Krankheit oder so? Endlich, Digga, endlich. Bist du glücklich für 5.000 jetzt, Digga? Ja, reicht dir. Ja, ich hab nichts überkommen, Digga. Schau mal, ich mach dir das mal, Digga. Geht alle weg von meinem Auto, Digga. Abstand, Digga. Abstand. Geht halt jetzt. Hey. Ich hab's verhandelt. Ich muss ihn raus. Warte, du musst bestellen in einer Auto. Was machst du? Warte. Ja, wieso kannst du nicht wahr? Ey, Digga, lass ihn mal fahren mitgehen. Nur der Heftling soll mitkommen. Heftling. Warte. Ich bin Heftling, lass mich fahren. Der Heftling, da muss ich fahren. Was? Ja, komm, da ist. Ich will auch mal so einen geilen Laden fahren. Ey, du musst wegstehen. Hey, geh raus, Digga. Ey, du. Ich klaue in ein Auto. Ich... Verpiss dich doch, Shady. Shady, geh ja weg. Du hörst dich zu uns. Ey, du musst selber, du musst selber was anderes machen. Au. Ne. Müssen wir liegen. Du musst in das Gefängnis für uns aus. Äh... Ich muss etwas machen, Digga. Ich hab keine Karre. Ich hab auch dann. Ja, klar. Ich hab eine von der Straße, Digga. Heft? Nein. Du hast doch eine Idee mit, äh, Dingswechsel. Oha. Machen wir einfach nachher. Irgendwann ist sie dran. Ey, ich hab keinen Bock in der Auto. Dann wir raus. Geht doch raus. Nö. Geht doch raus. Wir sollen hier rausgehen, Digga. Da gibt so viel Cash, Mann. Geht doch raus. Was ist? Ja, sag mal, wir sollen hier muten. Ey. Entstumm den... Entstumm jeden, wenn du gestummt hast. Ey, weil wir mir das gar nicht angezeigt, oder? Ey, stumm mal den... Ähm... O-H-H-T-E-E-Y-O. O-T, Mann. O-T, ich bin stumm. Oh, jetzt ich gehe. O KAS. Stell dir so, der den nicht rollen kann. Dreitig! Was habt ihr? protocols lenkt mich. Link... Lenkt nach links. A柄! Junge, komm Digga, komm. Nee, ich fahr. Nein Digga, du hast keine Ahnung, wir schaffen die Mission nie. Komm. Los. Ja, ich geh. Ja, ich geh. Komm jetzt rein. Komm jetzt rein. Oh Mann, oh Digga, lass sie, dann haben sie schon verloren. Du, wieso bist du gerade in der Party rein... Aber du kannst fahren, oder was? Ja, ich mach jetzt. Wir müssen da unten gehen. Du, wieso bist du gerade in der Party reingekommen? Wie heißt du nicht? Ey, wer ist denn stoppt daran? Ich glaube, ich soll mich entsturmen. Ey, entsturm. Entsturm den. Nein. Er checkt gar nichts über Teamarbeit, Digga, wirst du sie. Hey Junge, was machst du, Alter? Schau, du klemmt. Schau, du klemmt. Schau, helf mal. Ich bin ja, wenn du sie wählst. Wie willst du? Nein, wir sind als der Welt, Digga. Viel besser. Wir sind irgendwie aber gut. Ach so. Er muss ja auch sein besser fangen. Nein. Wir müssen den Gefängnisbruch holen. Wir müssen den Gefängnisbruch holen. Ja, schau den mal. Der ist hier. Nee, 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 der ist hier. Das ist ein richtiges Unge. Ey, ihr seid ja geschickt. Ihr werdet das von mir. Nein, Gefängnisbruch... Ich bin schon auf E-Punkt. Ich bin schon auf E-Punkt. Die ist im Gefängnisbus. Aber nicht in Richtung, was wir brauchen. Hä? Bei mir ist da der Gefängnissbus. Wo seid ihr denn? Hier. Digga, was machst du da hinten? Hä, hier ist der Gefängnissbus, aber Kopf hoch. Erst da hinten, aber der Kopf hoch, Digga. Was ist da für die Schrottkarte? Verkaufen, Digga. Komm, jetzt machen wir das Spiel dann, jetzt komm. Junge, wie schlecht bist du eigentlich? John, wie? Wie? Wie alt bist du, wieso du jetzt gerade in der Party reingekommen bist? Junge, du kleineres Kind, wie alt bist du? Ich hab' den Gefängnisbord. Ich hab' den nicht. Wieso kommen keine Bullen? Hey, du kleines Kind, bin stumm und... Hey, du Kitty. Was ist? Okay. Hast du alle auf Stimmen oder was? Nein, nicht mehr von euch hab' ich auf Stumm. Wieso redest du ja nicht? So, halt. Ich bin müde. 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 Die Polizei schießt halt nicht auf mich. Wer hat schon wer den Basel? Wir sind gleich da. Passt. Ich bin müde. Es geht nicht auf dich. Ich bin müde. Ich gebe die ganze Zeit Gas, Digga. Ich habe die Arme. Digga, wieso machst du Selbstmord? Wieso? Selbstmord begeben keine Lösung. Groß für euch, ihr Hurenkinder. Ey, kling ihn mal aus der Party, Digga. Okay, holen sie an. Schiller Neustart. Geht ja nicht. Da gibt es noch Sprache. Was ist dein Uso? Und was machst du so? Deine Mutter gibt Uso. Kriegst du keine Uso? Digga, ich bin kurz auf. Schau mal in den Livestream, Digga. Miau, 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 miau. Du kleines Kindchen, amenakoyen, amenakoyen, amenakoyen. Geh auch hoch, nicht. Ja, der wird doch eh gleich wieder umruhen. Ja, klar. Er ist nach drinnen, aber... Nein, sag mal, nein, ich schreife doch nicht. Doch. Raus. Ey, warte. Ey, komm, ich muss kurz freier Modusdisk. Ich muss etwas machen. Nee. Wir machen das jetzt weiter. Satz mit X, dat war wohl nix. Das soll ich mir als nächstes kaufen. Komm, X mit X. Nee. Satz mit X, dat war wohl nix. Digga, was für ein Reinbartasch. Wieder ein Scheiß rein. Das kann nicht sein. Unser Teil. Die kleine Hurenzöne pangt mit deiner Waffe. They are kill my friend. It's cool. Schrauze hoch und so. Hau dein Maul. Ey, was ist das? Lass mal Rennen fahren. Hast du YouTube, Alter? Was? Lass Rennen fahren. Okay, komm, hat auch jemand eingeladen, Alex? Ich bin der Banküberfall, dann haben wir einen geilen Wagen, dann tun wir den und dann fahren wir werden. Komm, jemand hat mich... Komm, hat auch jemand zur YouTube-Channel-Prope-Gaming eingeladen? Wettrennen. Ich geh rein. Nein. Nein. Lass mich ein, Hamza. Ey, mach mal Dings. Banküberfall jetzt. Warte, ich muss 50 Franken für meinen YouTube. Wir haben mein Rocket-Auto geklaut, diga. Ey, ein Hohenzoll hat mein Rocket-Auto geklaut, diga. Das muss ich mir umbringen, diga. Hat mein Tubinen-Auto geklaut, diga. Ey, ich fahr jetzt rennen. Mach du das, diga. Der Hund hat mein Tobin-Auto geklaut, diga. Wieso musst du gerade meinen, diga? Kannst du nicht von jemandem anderen klauen? Ich hab' klein... Ich hab' klein... Rocket-Bolli, diga. Was? Wieso mein, diga? Komm, rein! Ey, lass dich überfahren. Lass dich überfahren, die... Nein, komm rein! Nein, komm rein! Ey, das sollst du eigentlich auch verpettet werden? Guck mal, ich mein CO, diga. Ich lass dich rein. Ja, Mann. Auf jeden. Aber jetzt sag ich jetzt mal rennen, danach. Ja, was ist hier? Ja, danach kannst du mal ein Rocket-Auto fahren. Komm, einfach rein. Ja, klein. Fendi-VIP-Einladung. Ja. Von Arma Hamza, diga. Angenommen? Lass dich mal rein. Das steht nicht, so muss man annehmen. Du gehst auf Fendi, unten rechts, X, kein... Und danach einfach... Keine VIV-Einladung, steht da. Mach doch mal. Hat sie jetzt überkommen? Ich hab' rein, hab' gemacht. Willst du das Düsenauto... Den hab' ich auch mal einen. Ja, du bist gerade der Autowell drin. Ja, egal, hab' ich schon mal einen. Dann hast du... Was bringt das? Was bringt das? Das geht danach eh weg. Komm, komm rein. Hä? Komm rein. Was bringt das? Ja, das Düsenauto. Komm. Wer nicht. Ja, interessiert mich nicht dieses nächste Auto. Ja, ich bin. Mach mal jetzt Banküberfall. Ja... Nein, ich hab' voll... Ich hab' voll Bock, so... Fahrzeuge handeln zu machen. Ja, ich hab' auch Bock auf Fahrzeuge, aber dafür musst du erst mal unten auf einmal machen. Ja, nee. Du kannst meine fahren. Ich hab' voll Bock auf Fahrzeuge handeln. Ich hab' überhaupt nicht... Super stark! Ich freue mich voll zu groß. Ist das War-Ride-Wettrennen, was du gerade machst? Nein, das ist nicht. Ich geh über die Party bei dir rein. Nein, mach mal jetzt. Wie heißt du? Irgendwie mag ich mal voll oder so. Nein, ich darf voll auch auf dem Auto wegdrehen. Das Spiel. Ihr Kleinen Zöner. Hey. Los. Ich bin gerade Auto. Ey, voll übers Haus. Ich bin gerade Auto wegdrehen. Ja, los. Schau Auto wegdrehen zu. Ja, was bringt's jetzt los? Ich will auch Auto wegdrehen. Ich will kurz alle mit meinem Auto. Ich. Ey, der Komet ballert richtig. Wenn er noch aufgeschrieben wird er richtig geil sein. Wer, wer? Der Komet. Das Auto. Der Porsche. Ich habe etwas. Ich habe etwas. Dexter. Ich habe etwas. Ich habe einen Pronto. Das ist viel besser. Oh, alle gespawnt. Scheiße. Ja, klein. Soll ich Backflip versuchen, was ich mache? Ist das Warlight-Wettrennen? Warum? Ist das Warlight-Wettrennen, was du machst? Standrennen, keine Ahnung. Was ist los? Okay, ich bin in meinem Apartment, ich starte es jetzt. Ey, wenn du das Auto-Wettrennen, wir starten schon Raubüberfall. Ja, mach. Na, warte, ich bin in meinem Apartment. Ich bin so krank, Digga. Aber wir schauen mich nicht so einen Monat, oder? Mein YouTube. Einen Monat. Ja, jetzt los. So warst du mal korrekt über Banküberfall und jetzt nicht, jetzt los. Was, du schaust einen Monat, mein YouTube-Kanal? Ja, Mann, und du mal drauf. Fünf, die ich will, die was ist. Und, findest du meine Videos geil? Ja, Bruder, ich komme immer zu ihm mal. Was? Dreimal noch nie. Ähm, verpasst du manchmal ein Video oder so? Ja, Digga. Aber da macht es direkt auch später Ansehen und dann gucken wir, der ist vorm Strafen noch dreimal an. Komm, wir machen noch mal. Was ist los? Aber wir machen nichts schwer, wir machen noch mal. Ja. Ja, warte mal, renn ist nicht zu Ende, dann soll ich mit. Ja, wir haben zum gestarten, viel zu spät. Lade rein. Ich überkommen. Das scharfste Pulver, das hält sich gerade. Oh Gott, das ist so scharf, Junge. Join me, Jay. Es sind zwei, Junge. Es sind zwei, Junge. Es sind schon zwei reinkommen. Egal, das habe ich nicht gehabt. Ich dachte eh nicht. Juh. Beide Zonen, aber okay. Join me. Ja, keiner fällt zu Ende. Dann sag ich mal so, ja egal sein, Yallah. Ich hoffe, ich glaube, Lappen. Lappen. Late muss ich sagen. Gestartet. Egal, ich zock den ganze Zeit. Beide hat eh mehr. Wer wieder hier am Klingeln. Mh. Mh. Der Pulver ist so scharf. Puh. Ich sterbe nicht. Ich habe gar nichts gelesen. Es ist einfach so eine Scheiße. Schuhe und so. Lass einen Daumen nach oben. Und. Abonniert mich. Und drückt auf die Glocke. Und. Und. Und das ist kein Video verpasst. Und. 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 Wir sehen uns.